Kleines Video von Natascha. Hallo Natascha, guten Morgen. Du bist zum ersten Mal bei uns. Ich freue mich, dass du da bist und du hast im Internet unsere Videos oder Fotos gesehen und bist du dann auf die Idee gekommen, zu uns zu kommen, gell? Genau. Und von wo kommst du? Von Bad Wimpen. Ah ja, Nachbarin. Okay, dann zeigen wir, wie es geworden ist. Ist das Angebot und so, was wir dir machen und dann zeigen wir es. So sieht Natascha aus. Nicht Natascha, sondern Tascha. Wir haben 4,30 und 4 genommen. 30er länger Dresse und vorne normale, lose Haare. Und dann haben wir die Konruss gemacht. Wenn du vielleicht nach unten guckst, kann man das zeigen. Genau, so sieht es aus. Ja, wie gefällt es dir? Sehr gut. Ja, mir gefällt es auch. Und dir steht es auch. Und hab viel Spaß und danke, dass du da warst. Ja. So, ich habe noch vergessen, zu sagen, dass diese Frisur Angebotsfrisur war, die Nummer 3 im Monat Januar, Februar. Bis zum nächsten Mal.